Und damit hallo und herzlich willkommen zu Savage Lands in dem Build, ich glaube 7.1 ist es oder 7.2, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber egal, der Bogenbuck soll weg sein und hier ist euer Poxplay, oder euer Pox besser gesagt. Poxpenis, oder so. Ich weiß nicht, ich kann bei dem Spiel nicht ernst bleiben, ja. Kannst auch nicht, ja. Der mit den geilen Tattoos und dem, äh, ne egal. Und ja, ich bin halt heute mal ein bisschen grün, habe ich gesagt. So, wir mussten wieder von Anfang anfangen, weil, wie gesagt, neuer Build, aber das ist ja kein Ding. Ja, wir testen ja das sozusagen für euch auch aus, ja. Und wir machen uns gleich mal auf den Weg und versuchen als allererstes, einen Bogen zu craften. Ich habe Angst, also wirklich Angst, aber du darfst das machen und, ähm... Die Notfall fangen wir halt wieder von vorne an. Ja, ja, eben. Aber der Fleischback stand übrigens nicht dabei. Fleischback? Ja, der Back, äh, wenn du Fleisch kochst oder es verzehrst. Achso, ja, wir wissen ja immer noch nicht genau, an was das lag. Ich sammle mir mal Steine ein. Weiß zwar nicht, was wir noch draus machen könnten, aber... Für irgendwas sind sie bestimmt gut. ...eure Build-Änderungen. Ähm, mittlerweile braucht man für diverse Häuser nicht mehr, äh, spezielle Ressourcen. Sondern wieder ganz andere Ressourcen. Also noch speziellere. Man kann ja eigentlich mal reingehen, man kann ja mal gucken hier unter K. Ähm... Da sieht man auch, man braucht jetzt hier überall, äh, irgendwie, fast, eine Sehne. Ja, ist ja auch nur zynik. Außer für die Stone Eggs. Ja, genau, unter J war es so. Unter J sieht man jetzt hier Crafting Table. Jetzt endlich fest dazugekommen. Die Schmiede ist einzeln dazugekommen. Mit, äh, Stone Slabs. Übrigens, ne? Uuuuuh. Genau, Stone Slabs. Dragonstone Shard. Das ist hier dieses Feuer. Dieser Feuerstein, wo du da, ähm, dich verbrennen kannst. Uuuuh. Ja, da haben wir auch Blood of the... Ach, ein Schmied ist das. Alter, was haben sie hier alles dazugepackt? Uuuuh. Echsenkessel. So weit war ich noch gar nicht. Stone House? Rockbench. Stone House. Wooden House. Wooden Shack. Cool. Town Hall. Hike of Victory. Also hier ist wieder einiges dazugekommen. Ich bin ehrlich gesagt richtig gespannt, was uns da erwarten wird. Ja, ich auch. Kann ich nur so sagen und wieder bestätigen. Ah, hier sind Loks. Gott sei Dank. Soll ich mal das Feuer bauen? Sag mal, du wieder das Feuer. Ich baue mal wieder, wie immer, äh, mir die ganzen Sachen hier in Form von Klamotten zusammen. Okay. Der ist schon wieder ein Eber. Ach, das hatten wir ja schon mal, ne? Mit dem Eber. Der, 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 der ist doch hier immer. So, ich sammle mal die ganzen Flüchte ein. Du kannst das, das Zeug einsammeln. Bleib hier, du blöder Eber. Aber der verhält sich jetzt viel intelligenter, ne? Da haben sie, da haben sie gut was geändert, ja, so wie das aussieht. Also der war ja vorher immer so von wegen, äh, ich will nicht und, äh, ich greife jetzt nur noch an. Und jetzt hat er ja wirklich versucht, sozusagen, Überlebenskampf hat es sich schon angefühlt, weil er auch versucht hat zu flüchten, ne? Also er hat angegriffen und ist geflüchtet, also wirklich so authentisch wirkt er. Das ist, das ist so typisch so, hm, ich greife die jetzt mal an, die tun mir bestimmt, oh, die haben Stöcke, die hauen mich, ich geh wieder. Oh mein Gott, ein Stock. Nein, die wollen mich töten. So. Also die Baumwolle hat was von Popcorn. Ich weiß auch nicht. Oh, Strips, was sind das denn da? Leather Strips. Ja, die sammeln wir nicht ein, weil die hatten wir letztes Mal schon. Ich muss mal da hinten ans Feuer, weil mir ist es nämlich ein bisschen kühl. Mich röstelt es ein bisschen. Oh, da ist nochmal Apfel. Und über Regenberry ist rum. Ähm. Dose ist eingesammelt, ja, Tatsache. Also alle Kotten. Ähm. Was habe ich falsch gemacht mit dem Feuer? Ich habe doch alles drin. Ah nein, es fehlen noch Steine. Haben wir denn noch welche? Ob hier am Strand irgendwo welche rumliegen? Gegen was kämpfst du schon wieder? Gar nichts. Ach so. Okay, vielleicht habe ich schon wieder Wolf angelockt. Nochmal Bären. Yay. Geht, Steine? Danke, ich habe den Erfolg bekommen. Geht's nicht? Ja. So, was esse ich denn erstmal? Du hast nicht länger Hunger. So, jetzt noch ein paar Bären essen. Ob's singvoll gewesen wäre mein Handy auf lautlos zu machen? Katsch. Kochtes Bärenfleisch oder geräuchertes Bärenfleisch? Oh, ich hätte gern geräuchertes Bärenfleisch. Ich habe noch eine Sehne gefunden. Dafür ist noch keine Grafik da. Das macht nichts. Ähm. Ich habe noch eine Sehne gefunden. Ah, jetzt fällt mir gerade ein. Ich könnte ja jetzt mal versuchen, doch schon mal die erste Axt zu craften. Genau, das dachte ich mir auch gerade. Ich könnte auch einen Woodbow craften. Echt? Ja. Soll ich... Sag Diana, dass du da warst. Wir sehen uns dann hoffentlich. Also morgen geht es dann weiter mit diversen anderen Sachen. Und ja, danke nochmal für das Abo. Und Entschuldigung, bitte verzeih mir. Und ich bin ein Torhau rein. Tschö, tschö. Okay, ich crafte jetzt den Bogen. Auf die Gefahr hin. Oh. Oh. Aus dem Craften kannst du ja. Du darfst ihn nur nicht anlegen und benutzen. Oh. Naja, sieht so aus, als ob es ging. Wie lange braucht ihr denn jetzt für die Bäume? Huch. Nicht wegwerfen. Wo ist mein... Gebt mein Bogen wieder her? Jetzt brauche ich nur noch Pfeile. Hä. Ist Rinde abgefallen? Ja, so ging es mir vorhin auch schon. Ich habe so ein bisschen rumgetestet. Da hat mich auch der Baum mit Rinde überworfen. Wir brauchen Rinde auch für irgendwas. Ich weiß nur nicht mehr für was. Ja, I und Kase noch zwei verschiedene Sachen. Alter, wie lange braucht ihr denn jetzt hier mit so einer Axt, um das abzubauen? Das ist ja jetzt schon immer nervig, aber das ist ja jetzt noch nerviger. Er hat den Bogen in der Hand. Er hat den Bogen in der Hand. Ich habe den Bogen in der Hand. Das funktioniert, ja. Ich suche nur noch Pfeile. Äh, die findest du auch unter Waffen und da sind, äh... Ach, Flint Arrow hier. Boah, ich brauche einen Flint mehr. Ehrlich? Wo find ich denn jetzt Flint auf die Schnelle? Hast du welchen? Ich kann ja das andere Dorf gehen. Ja, dann lass uns das doch mal machen. Oh, warte. Äh, dafür brauchst du jetzt noch die andere Waffe. Was war beim letzten Mal da? Bin es dich ganz schwach an diese eine Begegnung, die wir da hatten? Ich weiß nicht mehr, was ich heute Morgen nach dem Aufstehen gemacht hab, Droh, deswegen... Da war der klitzekleine Boss, den wir da gekitet haben. Ach, ja, 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 genau. Ja, wie gesagt, dann lass mich... Oder hast du... Hast du noch einen Flint? Einen Flint hab ich noch, ja, warte. Dann werf mir den nochmal zu, dann kann ich auch Pfeile machen. Wie war denn das Werfen? Keine Ahnung, ich hab's einfach rausgezogen. Äh, K? Ja, aber es waren alle vier. Wenn ich jetzt nicht so blind werde, wie sonst immer... Hier. Kraft. Pam. So, ich hab meinen Bogen. Möchtest du den haben? Nö. Uah, leck. Dann kannst du auf Jagd gehen. Okay. Ich schleich mich jetzt mal hier durch den Wald ganz vorsichtig. Nee, Spaß beiseite. Ähm, du hast dir eine Axt gemacht, ne? Ja. Oh. Und es dauert verdammt lange, den Baum zu fällen. Oh. Ganz leise. Ganz, ganz, ganz ruhig. Ich hab da einen Elch gefunden. Zählen Headshots? Ich kann mir erklären, warum der Bogen beim letzten Mal wahrscheinlich nicht funktioniert hat. Weil der hat so eine Art Alpha-Blending. Der ist ein bisschen durchsichtig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht so funktioniert hat, wie es hätte funktionieren sollen. Okay, ich hab grad eine Spende von dem Darklink erhalten. In Höhe von einem Euro. Das ist aber egal. Das ist ja... Trotzdem danke. Und er hat gesagt, äh, heute krieg ich nur eine Kupferunze, weil ich mich... Weil ich ihn mit meinem roten Panzer genervt habe. Man muss dazu sagen, liebe Zuschauer, ich hab gerade hier davor noch der Aufnahme ein Mario Kart 8 Turnier geführt. Deswegen. Ja, das macht er gern. Turniere führen. Ja. Darum. Würde der Box das Spiel haben, würde er auch noch mitmachen. Ich hab's getötet. Juhu. Äh... Was hat das getroppt? Pfeile. Oh oh. Wolf. Verdammt. Zwei. Ah. Drei. Hilfe. Komm her. Wo bist du? Hier und du? Äh. Nicht hier. Da ist ein Skelett. Auch noch. Oh mein Gott, was ist denn jetzt wieder los? Was machst du denn da hinten ganz? Alter, wo bist du denn hin? Ähm. Ja, ich war, wie gesagt, ein Elchtöten. Oder war es ein Reh? Oder keine Ahnung. Zuschauer berichtigt mich. So, das war mein letzter Pfeil. Jetzt haben wir ein Problem. Ah. Mit meinen Fäusten. Okay. Alles cool. Ah, hier war noch ein Pfeil drin. Ja. Hast du? Oh ne, du konntest nicht mehr looten. So hast du gut. Okay. Jetzt hab ich nur keine Pfeile mehr. Ähm. Aber wir werden... Einen hab ich noch. ...irgendwann wieder Flint finden. Soll ja kein Problem sein. Wenn wir uns jetzt einen Hammer herstellen könnten. Ich weiß nicht, ob du dir einen Hammer herstellen kannst. Nein, weil ich hab gar nichts mehr. Ich hab weder Steine noch... Da vorne wäre ein Flintstone, so wie das aussieht. Das schwarze Ding hier? Kann ich da... Ich hau da mal mit den Fäusten drauf. Los. Vielleicht kommt ja was raus. Ah. Komm schon. Klingt sogar so, als ob da was rauskommen würde. Ja. Die Sounds müssen noch angepasst werden. Aber hey. Du hast Hände aus Stahl. Hört sich zumindest so an. Los. Gib mir einen Flint. Ups. Was? Ah, soviel zum Baum fällen. Der Nackt ist kaputt. Ah, Mist. Kann ich den reparieren? Nee, dafür brauch ich Steine. Na toll. Das ist jetzt... Ich kann mir einen Bogen jetzt craften. Auch doof. Ja? Sehr gut. Ja. War zwar keine Weile, aber ich kann mir einen Bogen craften. Ich hätte noch drei Flint. Du brauchst aber vier. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in Richtung Küste entlang. Küste. Küste. Küsten wir uns auch an der Küste? Küsten wir uns an der Küste? Nein. Zunge? Nein. Bitte nicht. Okay. Gut. Ganz wichtig ist... Ja. Ah, genau. Wir können auf die andere Insel. Warte mal. Wo können wir da rüber? Irgendwo ist ja noch ein Weg drüber. Wir müssen gerne über die Schollen gehen. Auf die andere Insel? Ja. Hier vorne. Okay. Einfach mal durch. Ja, das ist auch bestimmt nicht kalt, das Wasser. Ja, doch. Aber ich kam noch durch. Hier gibt es jedenfalls auch noch sowas wie Flint oder so. Achso, okay. Was hier rumliegt, so. Ja. Was haben wir hier? Stein? Oh, mein Inventar ist voll. Ja, warte. Ich habe noch ein bisschen Platz. Dann nehme ich den Stein weg. Ja, okay. Gut. Boah, was haben wir hier alles zum abbauen? Nein. Na gut. Irgendwie müssen wir uns einen Hammer herstellen zum abbauen. Warte mal. Hammer, 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 Hammer. Stonehammer. Mist, ich habe keine Szene. Ich hatte doch vorhin eine aufgesammelt. Ich könnte dir einen Stein geben. Okay, warte, warte, warte. Ich werfe jetzt hier den Bären-Ding hier weg und du gibst mir einen Stein. Aber ich brauche ja mehr als nur einen Stein. Für den Hammer brauchst du nur einen. Hast du? Ich habe dir aber auch zwei zugeworfen. Steinhammer. Stonehatchet. Oh, Steinschwert. Oh. Bist du nicht mehr ganz so unbewaffnet. Was ich nur ein bisschen schade finde, ist, dass die Steine müssten mehr rumliegen. Finde ich so. Den Hammer jetzt gerade mal eigentlich aufnehmen, weil Inventar voll. Hier sind noch Pfeile für dich. Komm. Warte mal. So, jetzt muss ich das ein bisschen umswitchen. Wir hätten uns erstmal eine Tasche craften sollen oder so. Ja. Da liegen noch Pfeile, wie gesagt. Danke. Ja. Danke. Da brauche ich das mal hier ab. Mal gucken, was wir da rauskriegen. Ich laufe hier mal, erkund dir das Ganze mal. Ah, da ist noch ein Stein. Kohle. Kohle. Das ist Kohle. Uh. Das hört sich eigentlich gut an. Ja, eigentlich schon. So gesehen. Ich guck mal hier, ob ich mit meinem Stöckchen hier ein paar Äste abbrechen kann von dem, was auch immer das ist. Das geht auch mit der Hand. Ja, ich hab aber gerade keine Hand frei. Kohle, 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 Kohle. Das gute alte Lied. Komm schon, ich kann nicht mal mehr Ästchen abbrechen. Das ist... So, jetzt haben wir gleich ein Problem. Es wird Nacht. Ja, das macht doch nichts. Wir sind doch hier auf unserer Insel sicher. Sicher? Nee, nicht, aber... Das ist alles cool. Das ist schon wieder Whetstone. Feuchter Stein. Schmeiß ihn ins Wasser. Vielleicht wird er dann feuchten. Ich glaube, du machst sogar fast mehr Sinn, mir eine neue Axt zu machen, ne? Ja, eigentlich schon. Kohle ist bloß eine Axt. Ach doch, da kann ich mir noch eine herstellen. Wunderbar. So, dann kann ich hier die Kohle einsammeln. Hey. Gut. Aber hey, wir haben jetzt dann gleich gut eine Folge überstanden, ohne dass das Spiel abstürzt. Also das... Die haben in den letzten fünf Tagen ganz schön was geschafft. Da kann ich mich gar nicht beschweren. Muss ich sagen, ist gut, ja? Ich wärme mich jetzt erstmal am Feuer auf, weil mir nämlich kalt ist. Ähm, okay. Feuer. Falls es dir nicht aufgefallen ist, dir müsste auch noch kalt sein. Ja, mir ist eiskalt. Oh, und ich bin gleich am sterben, wie immer. Ähm... Das ist gerade total tief ins Wasser, ne? Hier hinten ist das Feuer links von dir. Ja, ich bin gleich da. Okay. Gut. Aber wie der Pox schon sagte, wir haben gleich eine ganze Folge hinter uns, ja? Schreibt mir in die Kommentare, was ihr jetzt so von dem Update haltet, was ihr denkt, wie das Spiel sich doch weiterentwickeln wird. Das würde mich mal interessieren, was ihr so darüber denkt. Ja, denn, ja. Ja. Ihr seht, es tut sich was. Es tut sich was. Äh, Bark. Ah, hier kann ich... Bark. Basic Bandages. Lark Feather. Äh, Lark Feather. Large Feather. Lark Feather. Mhm. Mhm. Ja. Pass auf. Wollen wir nicht uns... Nein. Ja, was? Die Workbench wollen wir uns nicht angucken. Wieso? Äh, weil wir erst dann ein Crafting Table dazu brauchen. Dazu brauchen wir wooden Planks. Okay, gut. Crafting Table, wooden Planks. Und wo kriegen wir die wooden Planks her? Ähm, gucken wir mal. Vielleicht kann man die ja so craften. Wunden Planks. Und dafür brauchen wir... Hier mal Holz! Leck mich doch am Arsch. Da leckst du dir da, boah, ha? Ähm. So viel haben wir doch gar nicht an, äh... Also, so oft kann ich doch gar nicht damit zuschlagen. So lange wir das jetzt brauchen hier von den Äxten her. Ich weiß nicht. Wir können ja mal zusammen zuschlagen. Vielleicht bringt's ja was. Wir haben ja keine Axt. Nein. Ja, das geht nicht mehr? Nein. Oh. Nicht bei Holz. Nicht bei Bäumen. Okay. Und hallo an den Kev Game LP, der jetzt erst leider erschienen ist, aber egal. Du kannst ja unten die... Gut, dass er erschienen ist und nicht gekommen. Ähm, ähm. Habe ich das laut gesagt? Ja. Manchmal, lieber Fox, solltest du lieber das Denken nicht laut aussprechen. Du kennst mich doch. Deswegen sag ich's ja. Stone Ex. Wie viel Holz brauchen wir jetzt für dieses Crafting-Ding da? Also wir... Wir... Warte mal. Nochmal. Ähm. Vielleicht krieg ich raus. Wooden Plank. Wir brauchen vier Loks. Wooden Plank. Ja, vier... Ja. Ja, und... Was brauchen wir für den Crafting-Table? Zwei. Zwei? Nein, vier. Entschuldigung. Oh mein Gott. Ja, na toll. Hm. Also erstmal essen. Hier ist Rinde. Was auch immer man damit machen kann. Ähm. Was sag ich das Erste? Ja, Tro. Hi. Wollen wir den Tisch in der nächsten Folge aufstellen? Ich würd sagen, den Tisch, den stellen wir in der nächsten Folge aus. 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 Ja. Auf. Ich bedank mich jedenfalls ganz herzlich fürs Zuschauen. Und sage wie immer, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö. Tschüüs. Tschüüüüs. Vielen Dank.